Willkommen, liebe Zuschauer, zu dem Motorsport-Spektakel Schlecht-Team. Zuschauermagnet, guckt euch die Atmosphäre an! Sensationelle Stimmung in der Eifel. Die Fans sehen wir hier, das Fahrerlager ist voll. Also wenn du hier nicht aufgeregt bist, dann hast du irgendwas versäumt. Und lassen wir uns freuen auf 24 Stunden Motorsport vom Allerfeinsten. Das beste, das tollste Rennen hier in der Eifel mit den besten Fans der Welt. Startgruppe 1, die Veranstaltung läuft! Ich krieg die Pimpernel und wir ärgern euch, wenn ihr nicht angereist seid. Und schau dir diese Bilder an, Jörg. Die hell erleuchtete Grand Prix Strecke, das Fahrerlager. Rock'n'Roll! Die Action, die da passiert, sind die wahnsinnig. Da riecht es! Schau dir das mal an! Also das ist jetzt mit Schlicks nicht zu befahren, was wir da sehen! Es überschlagen sich wieder einmal die Ereignisse. Scheiße! Wieder einmal wird das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring zu einer Mischung zwischen Himmel und Hölle. Berührung! Berührung! Und beide drehen sich! Was für ein Finale! Die Sieger sind im Ziel! Überbordende Freude an der Box!